Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auch noch ein kleines Ankündigungsvideo sozusagen, und zwar erstmal frohes neues Jahr und ihr hier schon bestimmt gesehen habt, spiele ich GTA 5, auf PC wer es wissen will, und das wird demnächst kommen, also so, ja, GTA 5 Challenge, so ein bisschen 1, das ist 1, so Rennen und alles mögliche, und ja, eigentlich war es das dann schon wieder, und dann sehen wir uns schon bald wieder, ciao.